Hallo und willkommen zurück zu Megaman Battle Network 3 Blau-Unternet-Edition of Böse. Richtig. Tja, jetzt hab ich deine gesamte Laune untergeschlagen. So, jetzt können wir die Folge beenden, das war eine Megaman. Du wolltest ins Internet? Ja, wo geht's nochmal lang? Jetzt geh. Ja, wo? Geh, Fahrerflucht, du musst zur Bitch, weil da ist ein Verscheiß-Tolli. Richtig. Du vergisst das jedes ver-fickte Mal. Ja. Ja. Ich nehm aber die Abkürzung bei Yoga. Mach das. Vielleicht können wir nochmal gegen Metal Freakout Overpower Man kämpfen. Halt's Maul. Nein. Doch. Keiner will deinen Glaber hören. So, jetzt hab ich mein Timer erstmal gestartet. Sehr gut. Ist ja fast schon vorteilhaft. Yo. Der will sogar noch kämpfen. Metal Man Beta. Battle Man Hatten Meta. Battle Man Hatter. Battle Man Hatter. V wie Vendetta. Was? Egal, Beast Man, Weite deines Amtes. Breeze Man. Breeze Man. Ich hasse das, wenn er alles macht. Breeze Man. Bin ich Breeze Man, Alter? Ich jacke Raketen in die Luft. Und dann knall ich sie auf den Boden. So, sehr schön ausgewichen. Die Recovery Chips hebe ich mir noch auf. Hallo, Freundchen. Hallo. Magst du Pocahontas? Ja, nee. Ja. Es ist geiler Film, ne? Ja. 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 Ist das ein geiler Film? Hallo, bewegt dich, wenn ich das Steuerkreuz drücke. Ja. So, das Heldenschmerz muss sitzen. Nee. Sitzt. Es kann auch stehen. Ja. Äußerst interessant. Ja. Es kommen nur die intellektuellen Sachen ins Fernsehen. So. Autsch. Aua, lau, das tut ja weh. So, Mina. Stimmt. Gut, ich weiß, wo es ist. Du weißt, wo es ist. Ja, und zwar... Aber auch der Gegner weiß nicht, wo es ist. Nee, kann er ja auch nicht. Ja eben, doch, eigentlich könnte er vielleicht schon, wenn es ein kluger Gegner wäre, aber es ist keiner. Ja eben. Und das ist der Fehler von dem Gegner. Ja, ein Gegnerfehler quasi. Ein Gegnerfehler? Ja. Ha. Sind ja tolle Aussichten. Ja, ich weiß. Fast schon auf Regen. Wenn die Vögel tief fliegen, gibt es Regen. Nee, die Autos. Na. Dann gibt es auch Regen. Bingo, wir haben ihn geknackt. Ernsthaft. Schön gemacht. Wow. Genau. Oh wow. Das hätte ich nicht erwartet. Hold up. Howdy. Oh mein Gott, er ist so böse. Hä? Er sieht sehr, sehr böse. Oh nee, wahrscheinlich passiert das erst, wenn du ins Unternetz eintrittst. Oder so. Das wird wahrscheinlich mehr Sinn machen, weil es ist so. Es ist ja das Unternetz. Da sehen alle unterirdisch gut aus. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Er hat. Wirst du mit der 300 Minute jetzt eventuell vielleicht quasi mal so gar nicht treffen könnte. Treffen. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. So. Dann ist ja gut, Edwin. Bitte wer? Edwin. Gottwin. Edwin. Wer ist Edwin? Edwin. Wer ist Edwin? Ja, wer ist Edwin? Ja, der ist Edwin. Der hat eine Auskunft oder was? Nein. Er heißt einfach Edwin. Achso. Hallo. Was ein Edwin ist. Ich weiß was ein Edding ist. Ich weiß was ein Edding ist. Edwin ist dein Name. Ein sehr hässlicher Name. Es ist dein Name. Wer ist dein Name? Name. Oh mein Gott. Oh. Ha ha. 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 Die Atemlosigkeit steigt. Jaaaah. Oh such a little lady. Oh such a little lady. Ja, my butt. Fuck. Yay. Cool. Oh nein. So weit haben wir hier. Keine Buttfucks. Rockcube. Rockcube. Rockcube, wenn dann. Ich bitte die. Beach 2 oder Beach 1? Wo war denn der? Ach, was weiß ich. Der war irgendwo in der... Irgendwo ganz rechts. So weit war ich auch schon. Ja, so weit war es da auch schon. Weiß ich doch nicht mehr, ob das Beach 1 oder das ist. 2 war... Das war... 2. Das war 2. Hallo na. Der Igel wohnt jetzt hier. Der Igel? Der Igel. Nicht der Kirsch. Nein, der Igel. Wieso der Igel? Der Kirsch will doch nicht bei dir wohnen, hallo. Du weißt gar nicht, was er alles will. Ja, ein Kind von mir, aber mein Gott. Nicht bloß von dir. Was war das jetzt für eine Melodie? Ne, es sollte eigentlich von Donkey Kong 64 die Candy in Musik sein. Okay. Du, 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 du. Weißt du? Ja. Die hat ja mit dem Spiel Musikladen, sieht aber aus wie ein Bordell. Okay. Aber wie bei dir zu Hause? Wenn du meinst. Ja. Wenn du meinst. RTL. What the fuck. Alter, ich zieh 6 mit dem Schuss ab. Alter, ich zieh 6 mit dem Schuss ab. Ja, ich hab nur gedacht, dass du heu 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 heu. Ja, daran denkst du immer. Nö. Nö. Fast immer. Wow. Arsch. So. So. Shangri-La. Gut, dann nehmen wir mal das hier mit. 1000 Zenys. Ja, kann man immer gut gebrauchen. Okay. Die Presse kann ich nicht. Da geht's nicht lang. Rechts hast du gesagt, ne? Mhm. War das nicht irgendwie mit dem Teleporter? Ja. Davor stand da noch so ein Navi. Ja, eben. So ein voll böser Navi und so. Ich werd mit dir, wir sehen dann genauso aus wie einer dieser bösen Navi. Siehst du einfach so lila shit und so. Ja. So voll blöde und so. So kaum editiert, so alle scheiße. Ah, Subships, alles klar. Sh-Shubship. So, ein bisschen Full-Energy gekauft. Aber nur ein klein bisschen. Ein kleines bisschen Full-Energy, hm? Ein wenig Full-Energy. Iiiieie. Jaaaaa. Haben wir's doch schon. Da ist es doch. Ja, sag ich doch. Dann wird derzeit mal sehen, du Grießand wird. Autsch. Aua. Das tut weh, du. Ich weiß. Das finde ich voll mal gar nicht nicht, du. Deshalb müsstest du mir mal ein bisschen erklären, warum du mir so einen Erschrecken hast. Weil ich es kann. Es gibt schon gar nicht Menschen, ich kann es nicht. Lass mich in Freien, du. Deutsch zu sprechen. Ich sag gar nicht nicht, du. Autsch, au, 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 das tut weh. So, machen wir mal so. Okay, ich hätte einfach mal einen Stepsword machen können. Ja, hättest du. Fällt mir jetzt gerade auf. Und die Mise nutzt mir gar nicht, weil sie ein Feld weiter hinter ist. Tja, wer... Kamasa, hast du das Ploppen gesehen? Ja, ich hab's Ploppen gesehen. Ich bin ja nicht blöd. Gut. Und jetzt kommt die böse Inkarnation von Mugamin. Gleich. Wenn wir... Wir sind noch in der Hase, wir müssen noch zum Internet. Subship Squad. So Hase from Jim's number. Das heißt, ich muss jetzt nochmals... Wechseln. Kling! Plung! 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 Pling! Achso, du musst ja erst in den Square rein, damit das Ding aktiviert wird Richtig Richtig, dann wird es ja noch eine ganze Weile dauern Oder, ist es schon Square? Nein, ist es nicht Square Nee, ich meine, wo es gemacht wird, oder ist es schon vorher? Ich habe es gerade eben rausgenommen, deswegen Probieren wir es Du konntest ja bis dahin auch bis zum Unternetz 3, von dem her Trommelwirbel? Halt's mal Er sieht genauso bescheuert aus wie vorher So, äh Was habe ich nur anderes niemals behauptet? Oh, da ist was Grünes Es ist Ratte 2O Oh 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 Oh, habe ich im Deck Oh Crawling Ratte turns 1 Ich habe sogar eine Ratte 2 im Deck Ist ja super Oh, ich weiß Ja, das brauche ich nicht Jawohl, so sieht der Deck doch, Gouda Hier ist noch was Oiges Oiges Jetzt Stepsword M können wir rauspacken Dafür Das Typsword Nicht Attacke Attacke? Attacke 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 Ich specke Du schmeckst? Lecke I Äh, ist das Absorbe Stiefschwert Das Stiefschwert Das Stiefschwert Ganz genau Das Stiefschwert Jetzt im Kino Naja, da werde ich nochmal arbeiten müssen Ja, gib es zu mir. Kill er! WHAAAT? Das Bells beam! I beam yourself up. Was ist das denn? Ja, was der F*** lasst das? Ah, he's charging his lasers. Oh, yeah. Ja, dann machen wir mal Ratatouille. Charging my laser. Ist das was? Oh, s***. Da muss man aufpassen wo der hinguckt. Oh, Melon. Das ist wie im Straßenverkehr. Ja. Oh mein Gott. Megaman lernt fahren. Das neue Spiel für... Nur weil mein Straßenverkehr schauen muss und das hier und du hier auch schauen musst, heißt das noch lange nicht, dass du deswegen jetzt etwas von Autofahren mitbekommst. Nur fürs V-Tech. Du Idiot. Ah, Fische des Todes. Nein, das sind Schrimps. Ja, Schrimps des Todes. Schlimmer. Schlimmer. Oh, ich. Oh, ich! Oh, ich. Ist er einfach so auf die Gegner geplumpst. Einfach so auf die Gegner ist er geplumpst. So, was haben wir denn noch hier? Oh, ich sehe zwei Trufezeichen. So. Er Wasser. Ich Strom. Oh, Schüch. Er tot. Ich bin er. Oh, 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 oh. Und Buttfuck gibt es gratis dazu. Wer ist gestorben? Niemand. Äh, ja wo ist jetzt der Square? Well, you have to find out. Das ist eine Frage, die mich schon seit vielen Jahrzehnten beschäftigt. Und ich frage mich noch immer, warum? Das fragt sich, glaube ich, jedermann. Buhlmann. 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 Nee, Buhlmann heißt. Schüss, das können sogar Buh-du-du-du-du-du-du-du-du. Waaaat the fuaaaack. Oh shit, oh shit, oh shit, watch out Speedy! Gut, Konter. Also ein Red Bull ist ein Scheißdreck dagegen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Roll. Du was. Du. Okay. Tu was. Tu ihn mit deine Haare kaputtisieren. Waaaah. Dem Turn. Meeow, Meeow, Meeow. Meeow. Bomb Light Racer. Meeow. Buss. Jetzt hat er einen Motor schaden, alles klar. Jetzt hat er einen Motor schaden. So schaut's aus. Getriebe hat nicht mehr mit dir spielt. So, warte. Alles auseinander gebrochen. Richtig. Sargasse. Jooo. 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 Warte mal, da stand doch grad unten hin, oder? Jooo. Ich weiß nicht. Ich hab' ja grad nur drauf gebaut. Schauen wir's mal. Schauen wir's mal. Schauen wir's mal. Schauen wir mal. Und tschüss. Budidudududusch. Tschüssi. Explodiert in 1000 Einzelteile. Und Customizer Sword wird aufgeladen. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Buss. Ich brauch' ja bloß 90. Ja, ich weiß. Ja, schön. Hi, Kanone. Hatte ich sich nun bereit erklärt, dich zu helfen? Dich zu helfen? Dich zu helfen. Dich zu helfen. Dich, 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 dich. Wer hat dich zu helfen? Deine Mutter. Oh, da gibt's Square. Achso, das ist Postman und... Ah, please, please don't... Ah ne, da... Pass auf, da unten kommen wir über eine Gargoyle-Statue rein. Okay. Stand so auf der Karte. Also... I hate this person. You always cheat because you can't do shit, Bud. Und plötzlich war er weg. Ja, so ganz... Stinkling tief. Äh, instinktiv, instinktiv. Ich bewege mich auf dem Weltmeer. Ha, 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 ha... Ah, da ist was. Da unten ist doch der Skur. Du hast'n Virus. Hab' ich doch gerade gesagt, dass das nicht der Skur ist. Warum nicht? Weil das ein anderer Eingang ist. Und zwar durch eine Gargoyle-Statue. Ja, und zwar hast du keine Ahnung, welche Gargoyle-Statue, weil du's nur in der Lösung gesehen hast. Beziehungsweise Kartenlösung, Lösungskarte, Karte. Äh, ih, ah, oh! Scheiße. Was ist das denn für ne Qualle? Naja, das ist ne Qualle. Moment, hatten wir die nicht schon mal bei... Beim zweiten Teil? Aha! Oh fuck. Ne, da war's eher ein Pilz. Pilz hatten wir auch, ja. Aber wir, wir hatten glaube ich auch ne Qualle gegen Ende. Egal, nochmal angucken. Äh, scheiße! Okay, die Qualle gefällt mir schon mal nicht. Meins. Kann es sein, dass ich gerade im Kreis gelaufen bin? Ja. Siehste, mir war doch so. Ich schaff's halt einfach nicht. Irgendwie nicht, ne. Gut. Dann machen wir's mal so. Die Qualle muss zuerst weg. Würde ich mal so ganz spontan sagen. Ganz spontan. Mit so ganz spontan meine ich natürlich überhaupt nicht spontan. So. Oh ja, Heldenschwert, warum nicht? Bäms. So, was haben wir denn? 4.50. War ich nicht gerade hier oben? Nein. Doch. Ich wollte dich einfach nur mal testen. Verflucht seien diese Schrimps! So. Nur aber lecker mio an de Popo. So, zack, zack, zack. Ui. So. 500. Alter, ich scheppel hier Kohle noch und nicht. Ja, es ist... So, da geht's runter, da... Verarschen kann ich mich allein. Ja, aber das kannst du wenigstens sehr gut. Das Spiel macht mich zum dummen Schwein. Naja, das ist nicht schwer. Arsch. Wenn's doch so ist. Wenn's doch so ist. Ich sag doch nur die Wahrheit. So. Ahaha, Arschlecken. Von wegen unsichtbar. Ja. Arschlecken. Das ist klar, ne? Ja. Hier war ich doch auch schon! Tja! Warte auf dich! Eiser! Ah! Ah! Jetzt... Hier... Ah ja! Hier war nix, ganz genau. Haben wir da unten ebenfalls nix. Ah ja! Und da ging's dann in den Mittelbereich. So. Rade. So. Moment, Uhr. Moment, Uhr. So. So, 450. So. Mein Gott. Genau sowas passiert, wenn ich keine Karte da nicht mehr hab. Ich brauch Stunden! Okay. Da unten ist noch was. Achso. Da komm ich über den Cube rein. So. Was haben wir hier? Ah! Es ist so groß! Ich finde es passt. Oh Gott! Kraka Tower! Mein Gott! So, Mine. Ah! Ich wollte grad fragen, wo ist denn das jetzt? Oh Gott! Oh, Lava! Nein! Nein! So, jetzt aber. Hier! Hör auf, dich zu eilen auf ner Lava-Fläche, du! Ach komm, leck! Nö! Seh ich nicht einen! Hier! Hier! Komm hoch! Hier! Jetzt kriegst du meine ordentliche Portion Bubble Man! So! Das hast du davon! Wo geht's lang? Hier ist grün! Salamander! Es ist... Salamander! Moment! Warte mal! Salamander! Ah! Hab ich doch schon! Das war doch der eine Lotto-Chip! Ach! Nee! Na doch! Ja! Nee! Der Lotto-Chip, den hast du dir entschieden! Ja! Von der Lotto-Nummer! Der Lotto entschied der Chip halt! Damit kann ich leben! Ja! Von deiner Lotterie, Lotte! Ich bin Lotteria, Lotte! Ich bin Lotteria, Lotte! So! Nee! So! Roll bitte! Eins, zwei, drei! Dankeschön! Wow! Wow! Komm her! So! Du bist brav gestorben! Kriegst einen Keks! Fromm! Hehehe! Da war der Kampf gegen... Fireman! Ja, Mann! Äh! Quatsch! Fireman! Äh! Flamen! Flamen! Genau! Fram! Es gab kein E! Ist mir doch wurscht! Aber es heißt dann Fram-E! Framen! Der heißt aber Flamen! Der heißt hier Framen! Ist mir doch egal, was die Japaner wieder für'n Scheiß gemacht haben! Äh! Du bist scheiße! So! Da! Was hab ich dir aber gegeben? Ja! Und wie! Na komm her! Komm! Ha! Ja! Ach, Melo! Der wollte noch leben! Nein! Er wollte dir nur in den Arsch treten! Huhe! 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 Sag mal, was ist denn los? Salamander, bist du bereit oder was? Sind wir hier bei Digimon Frontier gelandet? Ja, aber volle Kanne! Alles klar! Ich werde hier abspeichern und werde mich noch mal nach dem Weg erkundigen! Huhe! Ich werde doch mal kurz nach dem Weg fragen! Ja! Genau! Gut! Äh! Beim nächsten Mal weiß ich dann hoffentlich den Weg! Huhe! Und ich denke mal, da werden wir da noch sehen, was alles noch passieren wird! Ja! Auf jeden Fall! Für diesen Part war's das! Ich bedanke mich für's Zusehen und sage bis zum nächsten Mal! Wenn es wieder heißt! Huhe! Huhe! Wenn es wieder heißt! Huhe! 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 Huhe!